Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Python Tutorial. Und das ist ein besonderes Tutorial, weil das es einem Arbeitskollegen von mir gewidmet. Aber ich dachte, ich teile es mit der ganzen Welt und ich hoffe, ihr lernt was dabei. Also, und zwar möchten wir uns mit der Sprachausgabe in Python beschäftigen. Und zwar möchte ich, dass letztendlich mir Python etwas ausgibt, eine Sprache. Und deswegen werden wir hier ein paar, zunächst mal ein paar Module importieren, die wir brauchen. Ich sage einfach mal Import und ich mache das Ganze ein bisschen größer, dann könnt ihr es besser sehen. So, also, was ich importiere, sind ein paar Module. Also, in dem Fall Speech Recognition heißt das. Recognition, das habe ich vorher installiert auch. SSR, das ist nur eine Abkürzung, dieses SR. Dann brauche ich noch ein paar andere Sachen, und zwar From GTTS, Import GTTS. Okay? S, ja, großes S. Und das ist Google Text-to-Speech, nenne ich das. Heißt das Modul hier in jedem Fall, weil wir werden die Google API hier anzapfen. Das heißt, wir brauchen eine Internetverbindung, um das sprachlich auszugeben. Das nur als Hinweis dafür. So, was wir noch brauchen, oder was ich noch importiere, ist das OS-Modul, also Import OS in dem Fall. Also Operating System ist das. Das heißt, wenn ihr mit irgendwie eurem Windows-System arbeiten wollt, dann braucht ihr das. Und schlussendlich brauchen wir noch das PlaySound-Modul. Also Import PlaySound. Okay? So. Gut, wir importieren das und bekommen auch keine Fehlermeldung. Das heißt, die Module sind alle vorhanden. Soweit, so gut. So, jetzt werden wir unsere Methode bauen. Also einfach Dev für die Funktion oder Methode. Und ich sage hier einfach Speak. Ja, die könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Und da kommt eben ein Text rein. Auch die Variable kann letztendlich alles sein, egal was. So. Und jetzt werde ich entsprechend einfach mal das GTTS-Modul initialisieren. Das heißt, ich sage TTS in dem Fall. Könnt ihr auch wieder nennen, wie ihr wollt. Ist gleich. Ist gleich. So. Und dann sage ich einfach mal, das ist G, TTS. So. Und jetzt muss ich eben angeben, was möchte ich denn Google Text-to-Speech hier eben übergeben. In dem Fall ist es der Text selber, den ich eben hier bekomme. Ja, also diesen Text. Das heißt, ich sage, der Text ist gleich Text. Ja. Und dieser zweite Text hier referenziert dieses Element hier. Das heißt, was wir hier letztendlich dann in unsere Speak-Methode eingeben. Ja. Gut. Das ist das. Und dann können wir spezifizieren, was für eine Sprache wir haben wollen. Und ich werde jetzt zunächst mal, ich nehme mal Language hier. Und ich könnte mal sagen, ich könnte es mal mit Deutsch probieren. Ich sage einfach mal DE. Aber ich werde es dann wahrscheinlich auf Englisch umstellen, weil das ist deutlich besser. Ähm, okay. So. Das ist das. Und jetzt quasi schauen wir noch nach, ob unser Pfad existiert. Weil was wir hier tun ist letztendlich, wir erstellen zunächst eine MP3-Datei. Das heißt, den Text, den wir hier reingeben, der wird in eine MP3-Datei umgewandelt über dieses Google Text-to-Speech-Modul. Und der wird dann entsprechend ausgegeben. Das heißt, und zwar ausgegeben über PlaySound. Deswegen haben wir das hier importiert. Äh, das heißt, was ich hier mache, ist, ich teste erstmal if os.path, ja, äh, dot exists. Exists hier. Also ob dieser Pfad existiert. Und ich nehme hier einen Raw String. Also nehme ich einen R davor. Ähm, und habe hier auch schon was vorbereitet. Wobei ich hier aufpassen muss, da habe ich das R schon drin. Okay, so, kann ich das rausnehmen. So, ihr seht, das ist einfach auf meinem Desktop. Und ich nenne das ganz einfach Sprache MP3. Weil, wie gesagt, was wir tun ist, wir geben einen Text in dieses, in diese Modul, oder ein Modul, in diese Methode rein. Und das wird dann an Google geschickt. Und wird dann in einer MP3 gespeichert, damit PlaySound das abspielen kann. Ja? Okay, so wird das laufen. So. Okay. So, was ich mache, ist, ich schaue halt, ob diese Datei schon existiert. Das mache ich deswegen, weil, ähm, wenn die schon existiert, dann kann die nicht überschrieben werden automatisch. Das heißt, ich würde einen Fehler bekommen, wenn sie schon existiert. Wenn ich das Modul, ich sage wieder Modul, wenn ich die Funktion, Entschuldigung, mehrfach aufrufe. Das heißt, ich sage hier, os.remove. Also, wenn das existiert, dann würde ich das gerne entfernen. Auch hier kann ich das wieder direkt reinkopieren, quasi, die Datei. Könnte das auch referenzieren irgendwo in der Variable und könnte die dann da reinschreiben. Auch möglich. Okay? So. Und, ähm, dann habe ich es entfernt. Und jetzt sage ich quasi, dass mein Filename, Filename, ja, ist gleich. Und jetzt sage ich eben genau, das ist diese Datei hier. So. Ähm, auch hier, Filename kann wieder heißen, könnt ihr jeden Namen vergeben. Könnte auch Dateiname sein hier in dem Fall, wenn ihr es wollt, ne? Okay. Und jetzt sage ich eben noch TTS, was wir hier, unser, sagen Sie, instanziertes, ähm, ja, Modul hier ist, das GTTS, also Google Text-to-Speech. So, TTS ist gleich, äh, Entschuldigung, TTS.save. So, muss ich sagen. Und jetzt sagen wir Filename, Fire, Name. Das heißt, in dem Fall, ich speichere quasi, was mir Google zurückgibt, in dem Filename. Und Filename ist ja quasi diese Datei hier. Das heißt, in der MP3-Datei speichere ich letztendlich, ähm, ja, den Text ab. So. Okay? Filename. So. Und am Schluss, ähm, möchte ich das Ganze gerne noch ausgeben. Das heißt, ich sage einfach Playsound, Dot Playsound, Sound. So. Und dann sage ich eben Filename. So. Okay. So, das Ganze, äh, führe ich mal aus. Okay, das war jetzt so gut. Und jetzt werde ich das Ganze mal, ja, ähm, callen, sage ich mal. Also, ich sage jetzt einfach mal Speak, also die Methode selber. Und jetzt muss ich eben einen Text reingeben. Und, äh, wie gesagt, das ist einem Kollegen von mir gewidmet, und zwar dem Robert. Ähm, das heißt, in dem Fall, gestern habe ich leider nicht die Zeit gefunden, an der Seeger Academy, das ist unsere interne Akademie, hier, äh, an der Veranstaltung teilzunehmen. Und dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich entschuldigen, Robert, ja, an der Stelle. Also sage ich jetzt hier einfach mal, hallo, Robert. Ihr seht ja, ich habe am Anfang das Ganze in Deutsch gemacht, also kann ich jetzt hier zunächst mal in Deutsch testen. Also, hallo, Robert, hier. Und dann sage ich, Punkt, und dann, danke für die Sieger Akademie. Okay? So sage ich das. So, okay. So, das kann ich jetzt ausführen, aber bevor ich es ausführe, werde ich mein Headset jetzt mal abnehmen und werde das mal an meine Lautsprecher halten, damit ihr das auch besser hören könnt. Okay? Kurz, Moment. So. Hallo, Robert. Danke für die Sieger Akademie. So, ich hoffe, ihr konntet das hören. Ähm, jetzt werden wir das Ganze nochmal in Englisch testen, weil ich finde, in Deutsch klingt das irgendwie ein bisschen, äh, ja, nicht so gut. Deswegen werde ich das Ganze jetzt umbauen und hier entsprechend en einfach einschreiben, en. Dann das Ganze nochmal ausführen. So, die neue Speak-Methode ist jetzt in Englisch. Und jetzt werde ich das hier auch nochmal ausführen und sage einfach Speak hier. Und jetzt sage ich nochmal zum Beispiel, hello, Robert. So, und jetzt sage ich noch, thank you for Sieger Akademie. Und da kommt ein C hin. So, thank you for Sieger Akademie. So, I hope I can attend next time and I am sorry for missing the last one. Okay? So, jetzt mal in Englisch. Und ja, auch jetzt wieder, kurz einen Moment, ich halte meinen, ja, meinen Kopfhörer jetzt wieder, mein Mikrofon wieder an meine Soundboxen. Hello, Robert. Thank you for Sieger Akademie. I hope I can attend next time and I am sorry for missing the last one. So, ja, aus meiner Sicht klang das schon ein bisschen besser. Gut, das war's für das Video. Sollte ein bisschen Spaß sein. Also, Robert, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich das jetzt nochmal hier, ja, mit dem Web teile. Und, ja, nochmal vielen Dank für die Sieger Akademie. Echt eine tolle Veranstaltung. Und, ja, ansonsten allen anderen, die vielleicht zugeschaut haben, ich hoffe, ihr könnt das vielleicht für euch selbst nutzen. Falls ihr ein bisschen mit Python spielen wollt, dann fühlt euch frei, das auch zu nutzen. Und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.